hallo hey liebe freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren runde nach ewigen rumgedöhnse hallo ich bin ich bin auch wie ihr gerade mein bild sehen könnt sind wir schon einige mehr als sonst und diesmal endlich auch mal mit einem Detektiv und ich glaube wir sind sind wir mehr als ein Traitor Traitor sagt alle ja du das Audio bisschen runterdrehen ja der Kay, der steht da mit dem Kekos haben wir Entschuldigung dass du dürftest als Detektiv, wir sehen alle wer Detektiv ist ja nicht nur einer weil es ist ein Detektiv ich bin bei Kai Block oder so eh nicht, ich weiß wie du heißt bei dem Tibi Timmy Timmy ich bin beim Data oh Gott ich bin nicht schlechtest hier, kann das sein? ja Leute ich stehe hier oben ich hab in die Luft es ist doch gar nichts passiert vor allem okay du scheiß Random Killer es gibt's doch nicht jedes Mal ich finde Kay schon wieder an was? was ist los mit dir? muss der Tote nicht auch schweigen eigentlich? ist der mal tot? Tote müssen schweigen ja auf einmal sagt gar keiner mehr aus ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe na bitte nicht ja hier ist äh nein das kann man ändern dann hier bleib bitte nein ja jetzt darf ich wieder reden so ein Pechgabend Alter wie ich das hasse ne wie ich das einfach hasse ich renne immer in diese scheiß Fackel rein also ich hab dich im Augenblick gesagt auf mich wurde grad geschossen auf mich wurde grad geschossen auf mich wurde grad geschossen auf wen wurde geschossen? ich wurde geschossen ich wurde geschossen ich wurde geschossen aber hab keinen Schaden genommen Basti, bei mir schwimmst du in der Luft wo ist Basti? ach da, ich komm zu euch komm 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 film mal einfach warum bist du verletzt? bei mir schwimmst du in der Luft bei mir auch weil ich die Klippe runtergefallen bin wir machen die den Knicks, ganz ehrlich sind das da nicht gute Partnerkräfte? natürlich es sind hier fünf Leute ein innocentler ist tot und da oben sind zwei sind jetzt zwei anderen wir sind jetzt alle da die beiden anderen sind Traitor da Leute ich bin zu müde zum Lügen ich bin wirklich Inno ich bin zu müde ich wette Josh ist er war die ganze Zeit nicht hier ich war ja am Anfang der ganze Zeit beim Dete ich hätte den Dete einfach locker umbringen können meine YouTube Partnerkräfte haben eh die überste Fähigkeit das ist ein Argument das ist ein Argument mich nutzt man immer im Zoo ich war alleine ich kann nämlich Elefanten scheißen und dann besorge ich immer den Nachwuchs das muss aber weh tun ey 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 sorry ey ich komm nicht auf den Kopf drauf mein Leben ist zerstört ich bin immer auf dem Neu die geilste die geilste Geschichte war eh gewesen als ich mal auf einer öffentlichen Toilette war und dann war das das normale Klo das normale Klo war kaputt und dann musste ich mich aufs BD setzen K ist hinter dem Holzhäuschen wer schießt hat die wird geschossen? wer schießt da? wer schießt da? war es jetzt zwei Traitor oder war es jetzt nur einer? oh shit ich bin tot ich wollte doch mal cool sein oh man oh Junge oh Junge oh Junge heißt das war jetzt nicht nur ein Traitor das ist doch scheiß Aua ja wie weiß die Freize das war das ihr da oben zu zut einfach auf dem Haufen gestanden habt da kannst du das zwei Traitor das bin ich geworden als zwei Traitor wär schon ein bisschen einiger geworden da kannst du nichts machen wer war nochmal für den Server zuständig? ja naja hatten wir nicht vorhin zwei? vorhin hatten wir doch zwei Traitor oder nicht? nicht dass ich wüsste doch eigentlich schon oder? ne also wo wir die Testrunden da gemacht haben ja ich glaub da hatten wir einmal zwei echt das müssen wir jetzt auch zwei haben das andere macht keinen Sinn heißt wenn man als Traitor gewinnt kann man sich schon wirklich als Pro fühlen jo dann sind wir die Oberpros und die coolsten und wenn ich als Traitor gewinne dann ist ein Wunder geschehen oh schon wieder eh gib mir halt auf den Sack ey ja wir haben auch schon wieder eh nörd genau wir haben auch angeschrieben hier fame mir diese fame bitches voll genial hier die über einfach mein Schatzi ich hab 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 mein Schatzi der Baum ist ein bisschen zäh der Baum ist zäh ey ich kann den Diamantblock ja schlagen ja du kannst die Diamantblöcke da auch abbauen du kannst den sogar aufheben oh hi Kay mit dem Magnetostick hallo ne mit dem Magnetostick meinte ich ja außer hier unten hier kannst du sogar die Dinger kaputt machen ja ich weiß ich hab schon wie kaputt machen geht weiß ich kaputt machen kann ich ja wunderschön das ist so cool das kann ich auch kaputt schießen warte ich schieße nur auf den Stein von so weit weg bringt das was so cool aaaah ich hab mich verletzt das hab ich gesehen das ist wirklich ich schieße nur auf den Stein keine Ahnung Daniel hat wirklich nur auf den Stein geschossen das hab ich sonst gesehen irgendwo schießt einer du kannst sie auch kaputt machen du musst also kaputt schlagen ich muss dich auch schießen weißt du was ist weißt du was ist du weißt du was ist au nein weißt du es schweigt einfach nein nein es ist die Kackel ja ich hab mir grad eine Kralade ausgewählt als ich den Magnetostick wählen wollte ich kann das doch nicht Entschuldigung also spielen wir mit Tester oder was keine Ahnung ich würde mich freiwillig dem dem Kay offenbaren 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 na dann kommt doch mal alle mit kommt doch einfach mal alle hoch und nicht und jetzt schießt mich zu Hause Alter ich bin zuerst ich bin zuerst ich bin zuerst der wird doch eh auf dem Weg ich bin zuerst und jetzt schreien und jetzt schreien ich bin zuerst so wer ist noch da ich bin auf dem Weg ich bin noch da ich bin noch da ne sorry war ich war auf Basti wurde erschossen und zumindest wurde auf Basti geschossen und wir anderen vier waren hier oben und ich dachte es würden nur noch wenn du noch Dani im Leben sorry Dani ja jetzt ist sie tot äh kannst wieder reden das muss ja einer von euch sein wir fehlen noch Kay war oben Kay hat gesehen Kay hat gesehen ich war im Traitor Tester Au wow Au Kay was geht hier eigentlich los mhm seh ich aus hätt ich geschossen seh ich aus hätt ich geschossen ich hab doch Alter das ist so halla episch ey Alter du würdest gar nicht wissen wie ich hier gerade rumlaufe ey ich schaffs einfach nicht ich fall hier ganz hell ins Wasser das ist mega traurig so traurig Alter ja neun kaufig dich oh es kann dir jetzt nicht sein dass das Jan ernsthaft der Boss ist Jan ist der Boss einfach das ist so geil oh Josh ganz ehrlich das ist peinlich was du machst der ist traurig der ist wie stand die ganze Zeit hier das ist ein paar schnell ja ich hab's ja nicht gesehen ey da reicht da reicht ein Jan und die Liebe zwischen mir und Kay ist kaputt und er legt mich eisgol ja hallo für mich sah das so aus wie als ob du ihn erschossen hast ne ich hab's versetzt dich mal an meine Perspektive aber Kay ich stand doch noch als vorher Josh irgendwen anderen erschossen hat ich glaub das war Dani da stand ich noch im Traitor Tester drin 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 ich hab keine Ahnung wo du es rein hast wahrscheinlich ist hinter mir und auf einmal ist hinter mir an der Tod umgefallen da wart ihr am Anfang am Anfang wart ihr in diesem Raum mit dem Traitor Tester und da kam ich rein und hab mich in den Traitor Tester gestellt BÄM 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 Geil das war richtig assi von dir hab nur gesagt ich komm wahrscheinlich nicht mal zum Traitor Tester auf dem Weg weil ich wieder nach Schossen von Josh BÄM jaaa weil ich dachte alle anderen wären tot gewesen äh ich fand das voll geil ich hab auf den Detektive geschossen auf einmal fängt der Detektive an auf den Nebensicht zu schritten und ich dachte mir geil machst du weiter well played ja natürlich war der nebenan wieder ich ja ja 42 hast du noch gefehlt was 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 war ja ich hab am Ende Herzrasen du bist wiederbelebt nach dem Preparing keine Angst das ist ja Herzrasen da war echt Ende am Ende wirst du die ganze Zeit schon schweigen um mich zu konzentrieren einen Hedgehog nach dem anderen zu setzen du voll Spackhole voll geil ich weiß nicht wer von euch Grimma ist ne ja der stand oben auf dem Baum ich hab viermal daneben geschossen bevor ich das erste mal getroffen hab und es hat keiner mitgekriegt das blöde ist ich bin auch direkt ins Wasser gefallen also ihr hättet mich noch nicht finden können ich bin übrigens Detektiv ich mach die Steine nur grad für ausnahmsweise ich bin Inno 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 das hat aber grad echt Laune gemacht ey ganz ehrlich ich verlaufe mich schon selbst in demütige scheiß Fackellaufe ey komm ich hier weg hallo Autsch okay ich bin Inno ich komm grad aus dem Leuchtturm nicht umbringen Au Tani tut sie mir gefallen nein du bestellähr mir inno sein rückwärts äh T n e z äh C oh dann die ist es ich hab sogar gelesen auf mich zum Glück ey was denn eigentlich erschießt man die meisten schon wenn man anfangen wie das sagt gehst du so darf ich das nicht Och das ist ein bisschen auffällig los wir haben den Tirker schon so oft benutzt dass du es schon verhaftet werden nicht können ja aber die aber die die neu dabei sind dachte ich hab nicht auf dich geschossen weil ich in die Fackel reingelaufen bin Nein, ich hab gerade... Überleg dir das mal, wir können das ja schon beinahe auswendig. Ich hab oben, ja, ich würd's nicht mehr... Also kann ich mir mega einen reingedrückt, weil ich einfach Munition holen gehen muss. Irgendwann waren halt die Schüsse immer weg. Genau, als du Munition holen warst, hab ich erstmal den Spot gewechselt und bin an den Baum gegangen, dass ich... Ja, deswegen hab ich das auch direkt im ersten Bad kassiert, ja. Ich hab die Tür dann mitgecovert, weißt du, dass du... Du konntest dann halt nicht mehr rausgehen, weil du jetzt nicht mehr hinterlaufen könntest. Ja, rausgehen wollte ich sowieso. Okay, okay. So, ich hab, äh... Da oben sehen, das war ich. Der gibt noch, okay. Bessin, Bessin tot. Basti, Basti hat mich geschossen. Eben. Basti ist tot. Seid mal ruhig, seid mal ruhig. Seid mal ruhig. Ich glaub, ich hör dir hier irgendwo ein Piepsen, wie so ne Bombe. Ja, das hör ich auch, das hör ich auch. Hat jemand ne Traitor-Bombe gelegt? Ja, ich, weißt du. Kann ich mir später mustabieren. Warum ist Basti tot? Was ist Basti tot? Er hat auf mich geschossen. Er hat auf mich geschossen. Ja, Basti. Oh, 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 oh. Unter dem Traitor-Tester ist eine... Oh, weg hier. Unter dem Traitor-Tester. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab noch zwölf Sekunden... Noch zwölf Sekunden stand da drauf. Ja, warum... Nein, das sind ja alles safe, das passt ja. Na toll, ich kriege falsch an. Boah. Es ist explodiert. Ja. Ja, ok. Hat es keinen erwischt, oder? Nee. Danni, ne? Jan, schieß nicht auf mich. Jan, ich seh dich. Ne, ich überlege gerade nur, Daniel hat Basti weggeprügelt, ne? Ich habe ihn gar nicht, ich habe ihn nicht umgebracht. Der Traitor ärgert sich jetzt bestimmt übel. Der Traitor ärgert sich jetzt bestimmt richtig, dass ich das jetzt so ganz schnell herausgefunden habe und dann ganz schnell gesagt habe, dass es da drin ist. Jetzt kommt's, Tim lieber es selber, nutzt uns jetzt nur voll. Aber ganz interessant, wenn ich der Traitor sein, ich war die ganze Zeit nicht am Traitor-Ding, ich kam aus dem Nether-Portal und dann war Basti dann, dann war ich hier die ganze Zeit. Aha, im Nether-Portal. Ja, ich war im Nether-Portal. Ich weiß nicht, wie es aussieht. In der Hölle lebt das Böse. Ach, Basti, du darfst übrigens wieder reden, ne? Du bist ja konfrontiert, ne? Auch ein Engel kann mal zu tun kommen. Bei mir wird gerade angezeigt, dass ihr alle jetzt gerade Garrys Mod spielt. Ich weiß nicht, warum uns die mir das auch gerade zeigen. Ja, bei mir wurde angezeigt, dass du Garrys Mod gestartet hast. Wui! Hat das den geworfen? Werden das Kompulator geworfen? Das war ich. Aber ich wollte mich selbst so wegschleudern, so. Was ist das hier? Was ist das? Bin leider selbst auch nur einen Meter geflogen. Was für den Raum? Da kriegst du Munition, wenn du in die Kiste gehst. Siehst du? Musst du dann... Aber das fällt, als ob das immer geht. Oder nur ab und zu. Ey, jetzt komm ich mal aus dem Raum raus. Sind wir irgendwie... Sind wir irgendwie... Ich steck fest. Ihr steht einfach ineinander. Ich steck hier auch fest. Ich steck hier auch fest. Oh, es geht. Oh, es geht. Oh, halleluja. Alter, ich wurde angeschossen oder paletzt irgendwo. Nein, du bist in die Fackel reingerahmt. Achso. Julio. Ich glaube, bis zum Ende der Runde stirbt sie schon durch die Fackel. 4? Bis 6? Ich habe kaum noch neben. Der Traitor kann mich sofort umbringen. Ich habe nur 37. Ich hatte... Ich hatte... Ich glaube ich auch mal in der Runde 1 HP. Ey, ganz ehrlich, ich hab das noch nie richtig gemacht. Krimmall? Krimmall, Krimmall. Ja, krimmall. Willst du? Lalalala. Mit... 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 Alter, da schieb! Alter, da schieb! Ich wollte die Leiche wegschieben. Ey! 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 Ich wollte die Leiche wegschieben. Ey! Ich war nicht. Ich war nicht. Ich war nicht. Das... Das war die schlechteste Ausrede überhaupt. Das war die schlechteste Ausrede überhaupt. Das war die schlechteste Ausrede überhaupt. Das war aber... Cool Ego sich. Das hört sich zu dir. Es gibt voll wenig Sachen im Traitor-Shop hier. Das ist voll kackig. Warum gibt es denn nur so wenig Sachen? Ich habe ja selber vorhin mal reingeguckt. Hier oben. Hier oben an dem Raum... Josh. Josh, hier ist wieder eine Bombe. Was? Ey, ganz ehrlich. Oh mein Gott. 4 Sekunden noch! Nein! Und? 3, 2, Rundenwechsel! Schade. Oh, war echt jetzt cool gewesen zu sehen, wie du da weggesprengt wirst. Ja. Wäre wirklich cool gewesen. Wäre es losenswert gewesen, dass ihr mal eine Folge guckt. Wem sagst du das? Oh, hey Timmy. Von daher habe ich es ja gesehen. So. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Oh, guckt euch diese strahlende Sonne an. Da fehlt uns ein Smiley drin. So ein Kindergesicht. Das ist so. Innocent. Inno. 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 Ich bin das Fruchtgetränk. Was sag' hey? Innocent Smoothie. Sie sind voll lecker. Ich hab grad 4 Millionen bekommen, einfach nur weil ich das gesagt habe. Alter. Product Plasma. Echt? Sehr schön. Cool. Ja, was hast du da runter... ne Grimmel, was hast du da runtergeworfen? Das war ne... Ach so ein Discombo. Okay. Alter, nein. Ich bin bei Jan. Ich bin einfach bei Jan. Ich bin einfach bei Jan. Boah, 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 boah. Boah, boah, boah. Also einer ist da ganz unten irgendwo in Wasser. Also wenn ich knabe, ist es Jan. Ja, wir werden da reingekommen. Warum macht das nicht einfach so, ne? Warum wirfst du die ganze Zeit Granaten? Weil die hier so rumliegen. Junge, 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 Junge. Erstmal alles wegwerfen. Alter. Alter, werf die ganze Sache nicht rein. Boah. Feuer, Feuer und Discom. Ja, Grimmel, wirf die ganze Granat... Wow! Grimmel, kannst du mal aufhören, Granaten zu werfen? Alter, nein! Ich hab nur 13 Leben! Warte mal, du machst mir ein bisschen Angst. Ich glaub, ich verzieh mich erst mal. Aber ich bin wirklich innocent. Ich würd's... Mach schon einen Fallschaden, ey. Ich hab's Angst. Hauptsache, unser Detective ist schon near dead, ey. Sehr gut. Boah, das schreckt mich schon nicht so. Wäre ich straight, hätte ich jetzt den, äh, Dings, der Detective einfach beseitigen können. Ja, mit einer Nase. Genau von meiner Nase am besten noch. Timmy ist auf dem Tower ganz alleine, ne? Ja, ja, ja. Seh. Behaltet den mal im Auge. Da war ich eben auch und war kein Trader. Ah! Alter. Hast mich abgeschossen? Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Ich. Detective. Detective. Timmy, komm mal runter vom Dings. Vom Heuschturm. Achso, Dani, du guckst mich so... Ich sag grad schon, du guckst mich... Ich hab grad gedacht, du guckst mich so... Ne, ne, ich gucke den Timmy an. Ja, das ist mir. Seid jetzt alle oben? Achso. Ich komm jetzt eigentlich ab. Es sind fünf Leute am... Fünf Leute hier oben am Häuschen. Kommen jetzt alle hier her, oder wie? Mal wieder. Das weiß ich nicht. Einer ist auf dem Tower. Schau auf jeden Fall ab, dass wir mir jetzt... Ne, da ist Basti auf dem Tower. Timmy war eben auch noch auf dem Tower. Das heißt... Ja, das sind drei Leute, das sind drei Leute auf dem Tower. Nein, 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 ich bin jetzt draußen. Ich hab grad nur an Timmy ein bisschen rangezoomt, also... Okay, hier ist grad was. Da unten ist eine Inzidenz. Hier ist grad eine Feuergranate. Hey, da ist Basti jetzt auf dem Tower. Der Grimal, der Grimal läuft weg. Was, ich trau mich nicht. Ich wollte nicht auf den Haufen stehen. Ich hab meine Waffen weggeworfen. Ich hab Angst vor euch. Ganz ehrlich. Ja. So. Nicht so einfach, nicht so einfach. Nicht so einfach. Nicht so einfach. Oh, Basti. Ich hasse es, Detective zu sein. Ich hasse es, kein Traitor zu sein. Ich hasse es, Innerfait zu sein. Ich, ich find... Ja, ich find Traitor ist einfach die geilste Rolle. Ja, auf jeden Fall. Und auch da, wo man am leisesten ist, irgendwie. Da hält man... Okay, da ist grad eine Waffe runtergeflogen. Was? Da ist grad eine Waffe runtergeflogen. Ist da irgendwer verreckt oben auf dem Tower? Eigentlich nicht. Doch, doch! Josch ist es! Josch ist es! Basti war mit eben auf dem Tower. Das ist Josch! Leute, ich möchte mich überhaupt nicht beschweren, aber sagen wir es mal, irgendjemand wäre ins Wasser gefallen und kommt einfach nicht mal an die Leiter ran. Ach, ist okay, ich komm raus. Da gibt... Du kannst auch wenn einmal rumschwimmen... Ja, das hab ich grad gemacht. Okay. Oh Gott, ich hasse das so. Ich glaub auch, dass es Josch ist, aber... Ich bin mir sicher, das ist Josch. Ich hatte voll mit der Waffe. Ja, das ist Josch, Josch. Warte, sag nicht so ruhig. Leute! Leute? Hallo, wer ist da? Nein! Aua, aua, aua! Wo ist Josch? Verzeih! Verzeih! Alter, Leute! Nicht Josch. Josch ist nicht mehr da. Der ist irgendwo schon... Hat schon einen Abgang gemacht. Wie kann der denn an mir vorbeigetrieben sein? Das geht ja gar nicht. Nee, der war gar nicht erst drin, als ich hochgegangen bin. Der ist schon weitergelaufen. So. Nein. Ich hab grad irgendwo Hallens jemand sterben gehört. Das heißt, irgendwo in der Höhle muss jemand sein. Ich bin bei Jan hier. Ja, das hilft aber keinem. Ja, ich weiß, ich will nur nicht erschossen werden. Der ist unten! Ja, toll. Wo unten? Was unten? Ja, unten in den Höhlen-System. Ich war voll nicht! Nein! Ich hab grad nicht hingeguckt in die Ecke. Verdammt! Jawoll! Ich hab nicht drauf gekommen seid, dass ja unten ist. Wo soll denn sonst einmal nicht vorbeigelaufen? Ich wollte mich eigentlich rausbauen noch, aber das war dann zu auffällig, weil da immer alle draußen waren. Das ist ja kein Fecht, dass ich vorher hochgeguckt hatte und ich da verschwinden hab. Das Schlimme ist, dass Basti's Waffe runtergefallen ist, ne? Ich hatte Basti schön mit der Silent oben einfach weggesniggert, wollte die Leiche so ein bisschen wegziehen, ne? Nichts hätte jemand erfahren. Niemand hätte es erfahren. Und dann nur du hast hochgesnipet, du Perl. Alter, wie viele Leichen hier... Ich bin im Nether gespornet. Ich komm hier nicht raus, Leute. Ich... Ich bin... Ich bin am Brennen! Au! Au! Ich bin tot! Du bist tot! Halt die Klappe! Du bist tot! Halt die Klappe! Halt einfach die Klappe! Das war meine letzten Worte, okay? Weibes Bild! Weibes Bild! Weibes Bild! Weibes Bild! Ja, das kannst du auch nicht sagen, ne? Ne? Also meine Abonnenten wissen ja nicht, ob ich Mädchen und Junge bin. Ob ich Heno will tun. Ich bin jetzt auch ein dicker Junge. Inno! Diesmal bin ich Inno! 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 Grundsätzlich immer! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Hast du eine Granate? Was hab ich noch so schönes? Du lotlos, ne? Lotos, ne? Lotos, du lotos! Du lotos! Du lotos! Ich möchte es besser! 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 Was? Halt! Hahahaha! Ich hab erstmal schon 40 Falschern gekriegt, der ist mega dumm! Oh, ich dachte, ey! Ob ich die Crowe mal bis hierhin höre, das ist mega crazy! Hallo Leute! Ich weiß, dass du traitor bist, ich weiß, dass du traitor bist! Crazy shit! Ich weiß, dass du traitor bist! Ich wehoberst du dich! Timmy, 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 Timmy! Timmy, Timmy, Timmy! Timmy, Timmy! Timmy, Timmy! Ich hab Angst vor dir, deswegen! Ich möchte nicht mit dir zusammen sein! Okay, dann spring ins Wasser! Nee, 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 nee! Okay, dann spring ins Wasser! Nee, nee, nee! Ich möchte nicht! Timmy, cover mich! Okay, okay! Ich spring ins Wasser! Timmy, cover mich! Wir sammeln jetzt die Diablocke! Zu zweit! Du coverst mich, ich sammeln sie! Alter, ist das rot? Nein! Ich lebe doch! Rimmel, ich weiß, dass du's bist! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh Gott! Oh nein! Das war blöd! Oh! Oh, er hat's grad noch geschafft! Alter, Basti! Bist du hintergefallen? Aber der Josh! Der, der läuft ja schon... Nein! Warte! Der, der, der Test! Der, der kommt mir sehr... Der kommt mir ja... Ich renne jetzt einfach Josh hinterher! Ich renne jetzt einfach Josh hinterher! Hier liegt Blut! Das ist meins! Das ist mein Fallschadenblut! Ich sag mal jetzt Diablöcke! Da kannst du dir nicht spitze gecraften! Hm, ist so! Ich möchte noch... Äh, ne, ne! Nicht aus DIRR zu brauchst Diamanten dafür! Wir müssen einen Ofen finden! Wir müssen einen Ofen finden! Ja, ich hab einen Ofen! Packte mal den Ofen rein! Ja, doch, diese Blöcke schon! Echt? Cool! Da oben, da oben, da oben, da oben drauf! Ja, hier kann einer auf diesem Häuschen! Wie auf diesem Häuschen ist eins! Ich bin bei Josh! Ich bin bei Josh! Ich bin bei Josh! Also hier, hier ist der Goldene! Ich bring den mal einfach rein! Den Golden brauchen wir nicht! Den brauchen wir nicht! Möchte ich hier nochmal gucken, ob ihr es ist! Soll ich ins Wasser werfen? Äh, kannst du machen mit, was du willst! Ich hab grad geschossen! Ich schieße nur diese Proviantkiste an und hoffe, dass da irgendwas rauskommt! Aber kommst du! Drei, äh, DIA-Erze sind noch in... Ja, hier ist nochmal! Hä? Also noch zwei! Äh, äh, hackt der jetzt selber gerade nur bei mir, oder? Ja! Ja! Schön! Ich werd dich verreckt jetzt aneinander, weil ich so dumm bin, über die Lava zu spüren! Alter! Warum hast du Basti umgebracht? Wer? Basti ist tot? Dezember wurde gerade umgebracht von der Schotze! Timmy! Wer Timmy? Timmy! Timmy ist jetzt! Oh, fuck! Alter, hab ich in der Ecke nicht gesehen, ey! Boah! Nö, Timmy, Timmy muss zu handeln! Ja, Timmy muss zu handeln! Das Problem war nur, dass ich ihn gesehen habe! Wie hat die... Ich ging's ja weggeschraubt! Alter, wie viel Stoß hast du?! Hahahaha! Komm's davon! Nein! Jan hat noch gelegt! Ah, traurig! Oh, ihr habt den ganzen Spaß kaputt, weißt du das? Wir haben deinen kleinen Leuchtturm! Oh, jetzt sind wir in Nether! Und der geborene Sniper! Fickt euch, ihr hässlichen Nether-Sachen hier! Kann ich nicht weiterspringen? Ich verbrenne jedes Mal instant! Nö, ich helft ja! Nö, ich helft ja! Lass einfach nicht reinfallen! Ja, toll! Die letzte Runde, ne? Übrigens, noch für alle so zum... Nice to know! Nice to know! Nice to know! Nice to know! Ich glaub, die Folge jetzt ziemlich lange, kann das sein? Wir sind bei 25 Minuten gleich, also... Ja, wir brauchen zwei Traitors für das nächste Mal, dann geht das ein bisschen fixer! Ich bin ein Traitor! Ich auch! Traitor, 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 Traitor! So! Man ist ja immer schon so ein bisschen enttäuscht, wenn man da Innocent liest, ne? Also ich spare einfach ein paar Sekunden, indem ich über die Preparing-Fase überspringe! Ist das so geil, dass man einfach so ein grünes oder ein rotes Fadenkreuz hat, ne? Äh, ich hab keine Ahnung, wo ich bin! Ach, hier bin ich! Okay, ich hab noch gar keine Ahnung! Danni, hast du ein rotes Fadenkreuz auch? Ich, ja! Ja, danke, Danni! Okay, Hallo, Danni! Hallo, Danni! Danni, wo bist du? Mann, das war ein Share-Sitio! Ja, ja, ja! Du bist gerade mal zum Abschluss freigegeben, wenn der Dete das sagt, wo ist der Dete? Oh Mann, das war ein Share-Sitio! Erlaubst du uns dann hier abzuschießen? Sie ist weggelaufen! Ja, weil der mich ohne jeden Grund abschießen wollte! Aber du sagst, du hast ein rotes Fadenkreuz! Wer von hinten, von hinten, von hinten, von hinten! K? Team Lotus! Team Lotus! Wir wurden von hinten angeschossen, entweder K oder wer war hier noch? Du Latte, Junge! Jimmy, Herr Reiser, was weiß ich! Ich wurde auf jeden Fall von hinten angeschossen! Äh, Jan? Er sicher bin ich schon mal nicht! Ich hab ne M16! Ich hab ne M16! Dann was? Ey, wenn er von hinten ab... Also wenn er von hinten... Wenn Josch von hinten abgeschossen wurde... Kannst nur du gewesen sein! Und nur du, der ich gewesen sein könnten! Ich weiß, dass ich nicht geschossen hab, dann kannst du nicht sein! Ich weiß auch, dass ich's nicht gewesen wäre! Ich hab nur noch 59. Dann... Dann... Dann hat einer da oben geschossen vielleicht! Ja, aber ganz zum... Hundertprozentig nicht! Es war kein Schuss von unserer Seite! Mal ganz im Ernst, wo ist Danny? Mal ganz im Ernst, wo ist Danny? Das war Timmy! Ich bin irgendwo im Wasser! Ich hab keine Ahnung, ich bin... Ich bin komisch... Dann... Ich hab keine Ahnung! Hä? Wer war's? Ich wurde von hinten angeschossen, jetzt ernsthaft? Ohne Scheiß, wer war das denn jetzt? Das ist eine gute Frage! Guck mal, wie viel... Wie viel Leben denn noch? Warte mal, ich identifizier mal! Ja, ich hab... Ich hab Timmy erschossen! Da ist er! Danni ist es! Danni ist es! Danni ist es! Ich sag doch, Danni war's! Ich musste nicht mit das Fenster-Menü öffnen! Sonst hätte ich irgendwas cooles geholt! Zuerst mal Dannis Leiche noch wegschmeißen! Also hat... Fall runter, du Schallumpe! Also hat sie sich ja doch verraten! Und wir sind alle so scheiße und fallen drauf rein mit ihrer Ausrede! Ja, genau! Gut! Dann... Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!